Da Dex schon tot war, hat er ja keinen Aufzug mehr gebaut Ja... Natürlich! Ich sitz schon wieder rechts Alte rechts ist doch... Was? Warte, zack's Wie wär's mit Munition holen? Welche mal als erstes? Mhm Ja, wir haben schon einen Stoff, äh, Lightroar Also von mir aus könnt ihr welche holen, ich brauch sie Ja, das nehmen wir ja mit, das... Naja... Das Gute, Alter, die Difen Hol jetzt? Ich hol Ja, hol Welche brauchst du denn wohl? Ich hab halt nichts mehr Nee, dann auf keinen Fall Gut, sonst, ja Wenn du ein bisschen drin gewesen wärst, hätte ich gemacht aber so Richtig Ich hab noch 13 Kugeln, das reicht Ja Wie war das? Wir jagen Dreadnoughts Eine Kugel rein Ich fühl doch direkt das nächste Mal reinpipen, wenn ihr nicht wollt Ja, nehm ihr Ich brauch's nicht Okay, was muss ich denn eigentlich machen? Ähm, Jus reparieren und äh, Alien X sammeln Ich geh mal da runter Ich geh mal da runter Ich geh mal da runter Okay Das ist total eine Zeitverschritte da oben Langweilig Das ist total eine Zeitverschritte da oben Langweilig Luftball! Open! Du legst dir noch, du legst dir noch Du legst dir noch, du legst dir noch ein höhlensystem hier waren sie schon mal ach schön hier waren sie aber schon mal in Baden-Württemberg hallelujah ja das sieht doch aus aber das könntest du sehen auf der karte oder so das wahre elend ist in der palz ich hab sieben jahre in der oberpalz gelebt die normale falls nicht ja ich weiß wo ist das scheiß ei ja über mir ich hab's gehört jetzt auch das nichts mehr um Ei nehmen können wir haben auf jeden fall schon mal musik die kommen mit ghettoblaster ich dachte da kommt ein Swarm und kein Dex hast du mich gerade fett genannt deine mutter ist fett natürlich liegt in der familie ja noch untragend hinter uns ich sehe nur Feuer natürlich klein wie von der Öl von vor uns so können die sich entscheiden welche Richtung sie äh aus welcher Richtung sie kommen na aus allen das sind zu viele das sind zu viele ok ich glaube jetzt ist cool ja hört sich so an als wäre außer das Geschrei von den Viechern im Nachbarraub aber ansonsten ist Ruhe hier raus holen wir mal laufen wir gerade wieder zurück ne das ist ich bin gestorben weit runter die sind erst mal die man ist ja das ist vollkommen okay ach ja auch du wirst ein bilder eine bilder kugel und auf kleid der blöde stück hat sich erwischt oder du bist uns rein zu gehofft das sind drei von den spookies ja und da war diese elise fred ja du hast ihn gefunden elite spucki elite prätorien ist jetzt noch mal von vorn anfangen nein wir sind draußen also ja wir müssten wir von vorne anfangen wenn wir wieder reingehen würden ja ja voll hätte mal jemand wie glies vorgeschlagen das war vielleicht ein bisschen mehr als wir können er hat gesagt das passiert wenn man nicht auf mich hört dann zwitsch ich war auf das wiki standard assignment muss das vorherige abbrechen okay ja wollen wir noch ein bier lustig hier lockt er automatisch den hass 1 1 ja komm machen wir das video einfach auf 1 1 entspann dann haben wir zumindest irgendwas gemacht im nächsten level liegen die viechern einfach tot rum damit uns nichts passieren wir sterben trotzdem ich meine ich muss ja auch zu meiner scheine sagen ich bin nicht durch die viecher gestorben das hat mich getötet ein scout gegen eine elite prätorien verlieren ist nicht äh endlich endlich ja das stimmt